So, ihr eiskaltes Gesindel, willkommen zurück zu einer neuen frostigen Folge. The Long Dark, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind hier bei dem Aussichtsturm. Der gute alte Pelzjäger, der hat uns nämlich dort drüben hingeschickt, denn wir müssen seine Jacke reparieren. Und weil wir seine Jacke dabei haben, die 5 Kilo wiegt, bin ich wieder komplett überlastet. Naja, es geht. Ein bisschen Luft habe ich noch, aber nicht wirklich viel. Also wir können ein kleines bisschen noch joggen. Und ja, ich bin schon mal hier hingelaufen, denn den Weg kennen wir ja bereits. Wir kennen den Weg. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Und zwar mehrfach. Wir sind schon so oft hier gewesen. Und jetzt gehen wir hier nach oben und schauen mal, wie wir die Jacke reparieren können. Und ob wir irgendwas finden. Vielleicht finde ich noch irgendwas Wichtiges, Tolles. Spannendes. Aufregendes. Da wären wir. Gut, gehen wir hinein. Und machen die Tür zu. So. Was ist hier drüben noch drin? Nichts. Toll. Der Schleifstein. Der geht aber nicht. Ich hätte voll gerne ein. Nähzeug. Ein Radio. Ein Holzofen. Ein Tisch. Ja, aber hier muss ich ja hin, oder? Schauen wir mal. Moment. Wir müssen nicht hier hin. Wir müssen woanders hin. Toll. Ich dachte, wir müssen hier hin. Müssen wir nicht hier hin? Doch. Und jetzt soll ich seinen Mantel reparieren. Aber. Aktion. Reparieren. Ah, wir brauchen Bärenfell. Und das soll irgendwo hier rumhängen. Aber wo? Das hier? Boah. Krass, ein Kilo. Ein Kilo. Ein ganzes Kilo Bärenfell. Und auf geht's. Und dann müssen wir hier pennen, denn es ist schon wieder dunkel. Oder so gut wie dunkel. So, wurde repariert. Und jetzt. Wieder zurück. Ah, ich habe ein Problem. Ich habe kein Feuerholz. Okay, jetzt habe ich welches. So. Stoff. Ja, meinetwegen. Gut, man, wir feiern. Ja, gleich bis es ja los. Auf geht's. Hier drin muss es ja funktionieren. Ich meine, hier brauche ich keinen Brandbeschleuniger. Essen haben wir genug. Trinken. Trinken könnte ich noch ein bisschen brauchen. Ah, es dauert immer so lange. So ewig lange. Ja, hopp, alter Mann. Hopp. Brenn schon, du dämlicher Ofen. So, geht doch. Okay. Feuer, klingelt es an meiner Tür. Also, wo waren wir? Er will seine eigene Pisse trinken. An dem Punkt sind wir also angekommen. Junge, das ist wirklich verdammt heftig. Das ist verdammt heftig. Komm, wir machen erstmal hier schön lecker was zu trinken. Ja, ich sehe es gerade. Wir sind ganz schön am Verdursten. Aber keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Entspann dich. Keiner muss hier seine Pisse trinken. Und wir kloppen hier mal das ganze Feuerholz rein. Gut, ich bin immer noch überlastet. Aber wir haben jede Menge Essen. Einmal runter damit. Schön salzig hier ein bisschen Reh. Und dann spülen wir nach. Gut, im Grunde können wir jetzt nur noch zurück. Hier sind wir ja durch. Hier ist noch ein bisschen Nähzeug. Nehmen wir mal mit. Wiegt ja nichts. Also pennen wir hier eine Nacht. Oder gehen wir bei Nacht? Hm. Das ist hier die Frage. Gehen wir bei Nacht? Oder bleiben wir eine Runde hier? Ich glaube, wir bleiben eine Runde hier. Mein Gefühl sagt mir, das ist die bessere Entscheidung. Aber dann müssen wir hier zwölf Stunden pennen. Das kostet auch wieder alles Kalorien. Okay, wir gehen zurück. Gut, tun wir es. Gehen wir zurück. Nochmal Wasser. Nein, nein, nein. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben Essen. Wir haben Trinken. Das reicht. Wandern wir durch die finstere Nacht. Mit Wölfen. Und wenn ein Wolf kommt, erschieße ich ihn. Okay, hier durch, ne? Über die Bröcke. Und das alles nur für diesen alten, bärtigen Hobo. Und was bekomme ich dafür? Ratschläge. Ratschläge fürs Leben. So Tipps wie zielen, feuern, töten oder wenn Socken nass sind, dann trockne sie, mein Sohn. Das sind richtig geile Überlebenstipps. Wäre ich nie alleine drauf gekommen. Der tolle Ideen, der Typ. Und der Weg ist wieder ewig weit. Oh Mann, ich kann nicht mal abkürzen. Ich muss wirklich den offiziellen Weg gehen. Wenn ich hier runterfall, bin ich direkt wahrscheinlich mit einem gebrochenen Knöchel unterwegs. Und die Wölfe kommen instant und fressen mich. Ist das richtig? Bin ich richtig? Wir müssen zu den Schienen. Am Ende müssen wir immer zu den Schienen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht kriegen wir es hin. Bevor es stockduster ist. Ja, und damit, meine Damen und Herren, willkommen im Wander Simulator 2017. Hier wird gewandert. Den lieben langen Tag. Extremes Wandern. Aber die Sicht ist gut, oder? Die Sicht ist perfekt. Ich kann sogar den Tunnel sehen. Kein Nebel, kein Schnee. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. So müsste das Wetter immer sein. Würde ich mich drüber freuen. Na, der Weg ist doch gar nicht so weit, oder? Das ist doch easy. Wir müssen irgendwann noch auf den See. Auf den Rätselsee. Da soll es doch ein Messer geben, oder? Moment. Hier hin. Schmied. Ach ne, wir müssen es verschmieden. Schmiede. Oh, die ist ewig weit weg. Das ist alles ewig weit weg. Ich kann euch mal zeigen, wo die Schmiede ist. Moment. Also. Nicht hier, sondern... Hier. Hier. Das ist so lang. Das ist so ein scheiß langer Weg. Oh, nein. Oh, nein. Na, 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 na. Jetzt ja nicht umkippen, ja? Wir haben noch ein ganz schönes Stück. Umkippen ist nicht. Okay, kein Sprinten. Wenn ich sprinte, verliere ich nur Energie. Da drüben ist der Rätselsee. Wir schaffen das, Junge. Wir schaffen das. Was geil wäre, wenn der Pilzjäger sagen würde, Junge, nimm du meine Jacke. Du brauchst sie mehr als ich, denn du bist draußen. Ich bin drin. Das würde Sinn ergeben, aber sowas wird er nicht sagen. Er wird sagen, hey. Gib mir deine Socken oder ich knall dich ab. Aber Pilzjäger, ich dachte, wir sind Freunde. Gib mir deine Socken. Okay, hier, nimm sie. Und jetzt geh. Aber, aber ich frier. Geh. Okay. So wird's ablaufen. Genau so. Oh. Ein Wolf. Töten. Jede Menge Essen. Aber es kostet mich einen Schuss. Aber ich hab Hunger. Er will es anscheinend so, ne? Er will es so. Er hat mich provoziert. Ihr habt's alle gesehen. Und ich brauch das Essen. Oh, fuck. Da bin ich aber hier, ne... Ne Stunde stehe ich hier rum. Ne Stunde. Was geht hier? Was? Wo ist der Unterschied? Was ist das jetzt? Vierteln. Ach, vierteln. Zerhack ich den, oder wie? Noch die Haut. Aber das ist so viel Essen. Drauf geschissen. Yolo Swaggen. Am Limit. Ich lebe am Limit. Ich lebe immer am Limit. Ach, jetzt kommt der Wind, oder wie? Push it to the limits. Pew. All this gear is slowing me down. Ah, hier. Du kriegst hier noch so einen Ranken. Okay? Gut. Ich musste den Wolf töten. Fleisch ist sehr, sehr wichtig. Alter. Ich komm gar nicht mehr voran. Was ist jetzt los? Wie schwer bin ich denn? 43. Wir waren schon schwerer. Hat sich der alte Mann wieder übernommen? Jetzt wird's kalt. Ich bewege mich in Zeitlupe. Okay, ist das andere Fleisch noch? Ja, das bringt aber auch nichts. Da bin ich zwar ein Kilo leichter, aber trotzdem. Na, versuch's. Nom, 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 nom. Das gute Fleisch. Ich kann es nicht zurücklassen. Boah, warum hab ich jetzt hier so einen starken Gegenwind? Na, hier merkst du richtig, der Wind kommt genau aus der Richtung, wo ich hin muss. Ätzend. Aber ich gebe nicht auf. Jeremiah. Was da drüben ist? Ist das ein Stein oder ein totes Tier? Oder beides? Guck mal, wir sind schon fast da. Das ist gar nicht mehr so viel. Scheiß Wind. Diese dämliche Jacke von diesem dämlichen Pelzjäger. Wer trägt denn schon so eine 5 Kilo Jacke? Wahrscheinlich jetzt 6 Kilo schwer mit dem neuen Bärenpelz. Welcher? Wahnsinnige. Macht sowas. Okay. Ich hab aber nichts zum Loswerden. Das ist alles zu wenig. Selbst wenn ich die Dosen trinken würde, wäre das zu wenig. Jetzt kommt sogar noch so eine traurige Du-Stirbst-Musik. Du wirst sterben. Erfrieren in der Kälte. Du wirst sterben. Von Wölfen gefressen. Aber ich werde nicht sterben. Oh, da drüben ist irgendein Schatz. Hoffnung. Moment, den kennen wir doch schon, oder? Leer. Toll. Hätte ich keinen Wind, der mir gerade ins Gesicht peitscht, ja? Dann wäre ich viel schneller. Du wirst sterben. Und dir die Knie brechen. Und ich werde müde. Und sehr wenig. Weil mein Atem im Weg ist. Ich orientiere mich an den Sternen. Ist das nicht wunderschön? Ist der Himmel nicht wunderschön? So, hier ist das. Boah, komm schon, Wind. Wenn ich jetzt so laufen würde, zack, Rückenwind, bin ich direkt schneller. Und so bin ich slow. Warum hasst mich die Natur? Und das Wetter. Die Erde. Die Erde hasst mich. Die Erde hasst mich wirklich abgrundtief. Was habe ich der Erde getan? Außer Wölfe und Kaninchen töten und ein paar Mal ins Gebüsch pissen. Ich meine, irgendwann muss der Mann ja mal pissen, oder? So viel, wie der trinkt. Der kloppt sich ja jeden Tag vier Liter Wasser rein, also. Da muss man ja irgendwo mal strullern gehen. Oder ich habe so einen extrem feuchten Atem. Mein Atem ist so feucht. Wenn der Wind sich doch nur drehen würde. Wäre ich zehnmal schneller da. Schon krass, ne? Eine Folge ist im Grunde einmal hinlaufen, kurz reparieren und dann wieder komplett zurücklaufen. Und das alles nur für Jeremiah. Jeremiah, Jebediah. Oh, jetzt noch den Hügel hoch. Mit Wind. Ich lege mich hier hin und schlafe. Ich mache ein Neckerchen. Bisschen Bubu machen. Das macht ganz schön müde. Hier durch den Hardcore-Schnee zu stapfen. Wenn jetzt ein Wolf kommt, ich würde den nicht mal sehen. Aber ich sehe noch genug, um mich zu bewegen. Also so eine Lampe anmachen. Alter, echt? Der Hügel ist ja Mount Everest. Was ist jetzt los? Ich hänge zwischen Baum und... Hä? What? Brich dir nichts, mein Sohn. Das ist fast geschafft. Komm. Das Interessante an dem Spiel ist, man... Man leidet wirklich. Also das haben die echt irgendwie gut übertragen. Man hat so richtig das Gefühl, hey, ich habe Bleigewichte an den Füßen und... Ich verräg gleich. Also man fühlt sich echt unwohl. Ist das die Hütte? Ja! Yes! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich muss richtig durchtrainierte Beine haben. Wer so viel marschiert... Ich kann Melonen, Wassermelonen zerquetschen mit meinen Oberschenkeln. So krass bin ich drauf. Wunderschön. Die Hütte in der Ferne. Hier gibt es keine Wölfe. Irgendwie allgemein, es gibt auf einmal weniger Wölfe, ne? Davor waren hier so viele Wölfe. Hey, Wind! Davor waren hier so viele Wölfe. Und jetzt... Wir haben gehört, dass ich ein Gewehr besitze und schon sind die weg. Schon geben die auf und sagen, nee. Wie jetzt? Der Typ hat ein Gewehr? Alter, ich bin raus. Die Scheiße gebe ich mir nicht. Bald geht sie los. Die große Jagd. Nach dem großen Bären. Ich besuche den Weihnachtsmann. In Kanada. Kanadisches Weihnachten. What? War das ein Wolf oder eine Eule? Das sind sogar Gräber. Oder? Ja. Kreuze. Zwei Stück. Wen hat er da getötet? Oder beerdigt vielmehr? Drei Gräber sogar. Steht da irgendwas drauf? G? Bei dem einen war ein G-Moment. Aber es brennt niemals, oder? Bei dem Wind. Oh doch, es geht. Kommt zu glauben. KG? Und hier drüben ist nichts. Wer war wohl KG? Ich weiß ja nicht mal seinen Nachnamen. Seine Frau und seine beiden Söhne hat er hier beerdigt. Oh Mann. Der Hügel hier, der bringt mich nochmal um. Das ist ein Wind. Okay. Hui. Ich bin endlich hier. Spannung. Absolute super Spannung. So, alter Mann. Da draußen ist ein Armageddon. Aber ich hab da ein Stuff. Story. Okay, auf Englisch. Ist gut genug für ihn. Gut. Jetzt, das war's. Jetzt reden wir nur noch Englisch, oder wie? Okay, wieder über die Überlebensfertigkeiten. Welche will ich mir aneignen? Jagen, Kleidung, Angeln. Jetzt geht's noch ans Angeln. Und noch Nutzpflanzen. Oh, ich nehm Angeln. Angeln. Haben wir dafür wirklich Zeit? Du wirst nicht immer die Möglichkeit haben, zu jagen. Daher musst du mehr als einen Weg kennen, dich zu versorgen. Ja, das stimmt. Eiweiß ist im Winter Mangelware. Angeln kann einen nichtnutzigen Piloten wie dich da draußen vor dem Tod bewahren. Cool! Du bist ein echter Süßholzraspler. Geh zum Lagerbüro am Ufer des Rätselsees. Dort findest du Gerätschaften zum Eisfischen. Am See gibt es mehrere Hütten. Bring ein paar Fische mit, damit ich mir sicher sein kann, dass du zumindest nicht vor Hunger stirbst. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dir nur genug Essen für den Winter beschaffen soll. Ja, das stimmt. Dein Gefühl trügt dich nicht. Schau mich an, Mackenzie. Der alte Bär hat mich ganz schön erwischt. In dieser Saison kann ich das Jagen und Fallenstellen vergessen. Und wenn ich dir etwas beibringe und wir dadurch beide überleben, schadet das doch nicht, oder? Möchtest du es versuchen? Ja, habe ich eine andere Wahl? Ne, ne? Also los. Ich bin bald mit den Fischen zurück. Ich kann ihn schon riechen. Das bist du, alter Mann. Das bist du. Ist nicht der Fisch. Das bist du. Ja, gut. Dann angeln. Hammer. Es darf geangelt werden. Erst mal das ganze Fleisch. Bratzeln. Damit es wieder gut ist und dann müssen wir erstmal lange, lange pennen. Und dann wieder den ganzen Weg zurück. An die verdammte Hütte. Und dann angeln. Geil. Ja, reiß dich zusammen. Vor einer halben Stunde wolltest du noch deine Pisse trinken. Komm. Und wir sind durch. Gott sei Dank. Noch einen Tee? Können wir noch einen Tee machen oder habe ich kein Wasser mehr? Jo, kein Wasser mehr. Na gut, dann auch noch das. Aber dann gehe ich pennen. Ich bin müde. Ich bin ausgebrannt. Ich musste eine 6 Kilo schwere Jacke durch den Schnee schleppen. So, jetzt gebe ich mir meinen Tee. Meinen Schlummi-Tee. Damit ich mich endlich in die Federn kloppen kann. Nice. Oh, noch trinken, noch trinken, noch trinken, noch trinken. Und kluck, 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 kluck. Alter, der Tee kloppt ja gut rein. Krass. Es war echt heftiger Tee. Der gute alte Indianer-Tee. Also, dann gehen wir mal pennen und dann laufen. Laufen, laufen, laufen. Ist hell? Klar, ist hell. Habe ich zu lange gepennt? Ich glaube, ich habe zu lange gepennt. So, können wir sprinten? Jo, können wir. Dann ist doch alles gut. Egal, den Weg schaffe ich noch, oder? Das Wetter ist geil. Kann ich hier runter, ohne mich zu verkrüppeln? Noch ein Ranken. Und weiter. Wenn der kleine Hunger kommt, gönn dir einen Wolf. Und der Hunger ist gefressen. Nicht gegessen, sondern gefressen. Wölfe fressen. Ich fresse Wölfe. Wölfe fressen nicht. It's the circle of life. Elton John, wo bist du? Okay, wir frieren sogar gar nicht. Ja, 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 ja. Angeln. Wir gehen endlich angeln. Und wir müssen hier drüben hin. Ich glaube, die Ausrüstung, die haben wir doch schon mitgenommen. Aber ich habe keine Angelroute. Aber braucht man eine Route? Ich meine, im Grunde nicht. Schnur und Haken und Köder reicht doch. Eisfischen. Oh. Hohe Kunst. Ja, das Wetter geht. Könnte besser sein, aber wir kommen voran. Man merkt richtig, wie ich mit jeder Wanderung so ein bisschen mehr von meinem Verstand verliere. Irgendwann werde ich hier mich ausziehen, nackt durch den Schnee rennen und Lieder singen. Oh, hier drüben ist auch ein Lagerfeuer, oder? Irgendwann war ich hier mal und habe ein Feuerchen gelegt. Schade, dass man die nicht einfach reaktivieren kann und dass man wieder neues Holz braucht, denn... Wenn wir uns dieses Feuer mal genauer reinziehen... Da liegt Holz. Da liegt Holz. Fünfmal Holz. Fünf Holz. Und trotzdem muss ich neues Hacken gehen. Eine Schande. All right. Und ich habe keine Energie mehr. Also sportlich ist er nicht. Obwohl... Bei dem Schnee... Ich habe keine Füße. Oh mein Gott. Ich sehe meine Fußspuren, aber ich habe keine Füße. Das erklärt einiges. Jetzt weiß ich, warum wir so schlecht im Rennen sind. Das meiste Gewicht steckt ja in meinen Klamotten. Ich bin halt echt gut angezogen. Das ist mein großes Problem. Wann sind wir endlich da? Meine Füße, die tun so weh. Ach ne, ich habe ja gar keine. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Hm? Oh, jetzt kommt wieder der Wind. Und direkt werde ich hier runtergezogen. Ich hasse dich, Wind. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Da drüben ist mein toter Wolf. Das bedeutet, hinter diesen Bäumen ist die Hütte. Hey Wolf. Na, wie geht's? War ein toller Schuss. Ein richtig toller Schuss. Komm schon. Hütte. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Erneut. Ich bin immer am Ende meiner Kräfte. Ich laufe irgendwie nur auf Sparflamme. Oh, ich habe es geschafft. Und rein mit uns. Gut, ich brauche die Angel. Ich muss nur noch die Angel finden. Können wir irgendwas Neues eigentlich hier... Okay, wir können jetzt den Haken und die Schnur. Wo ist die Angel? Finden wir hier irgendwo eine Angel? Nee, wir können direkt angeln gehen. Ja, wollen wir? Noch irgendwas cooles hier drin? Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird geangelt. Ich glaube, wir haben ja alles weggelootet. In der nächsten Folge werden wir 5 Kilogramm Fisch angeln. Das wird super spannend. Ich esse jetzt hier noch einen halben Wolf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn geangelt wird. Danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, es hat's mir alles flavoriert.